Oh my god, it's jimpressing. Kann es sein, dass ich geil bin? Aber ja! Kann es sein, dass du geil bist? Na klar! Sind wir zwei vielleicht beide geil? Oh ja! Wir zwei beide geil, wunderbar! Eins, A! Ah, schöne Musik! Oh! Da mach ich doch mit! Tap, tap! Eins, zwei, tap, tap! Wie geschritt! Hoch? Beide geil? Was? Ist es denn möglich? Wünschen der Herren noch's teil! Danke, nicht nötig! Kann es denn sein, dass dieser Scheiß hier ist? Und nicht zum Aushalten ist, wer mich aufhalten will, müsste mich ausschalten, doch! Mein Ausschalter ist im Arsch, Alter! Und da kommst du nicht rein, da kommst du nicht ran! Und wenn, dann kommst du nie wieder raus! Darum bleibt diese Maschine an und geht nie wieder aus! Kann es sein, dass ich geil bin? Aber ja! Kann es sein, dass du geil bist? Na klar! Sind wir zwei vielleicht beide geil? Oh ja! Wir zwei beide geil, wunderbar! Eins, A! Kann es sein, dass ich geil bin? Aber ja! Kann es sein, dass du geil bist? Na klar! Sind wir zwei vielleicht beide geil? Oh ja! Wir zwei beide geil, wunderbar! Eins, A! Das ist ja enorm, das geht ja nach vorn! Auch ein blinder Alki findet mal ein Korn! Aber wenn man so dermaßen gehaltvolle Texte sieht, kann man nicht viel mehr sagen, außer Exquisit! Das hört man den beiden doch an! Die haben nicht einfach gemacht! Die haben vor lang überlegt! Und sich richtig was dabei gedacht! Kann es denn sein? Ist es denn möglich? Wenn wir das behaupten, dann ist es so! Die Stube, die hackt und der Gym mit dem P! Bravissimo! Kann es sein, dass ich geil bin? Aber ja! Kann es sein, dass du geil bist? Na klar! Sind wir zwei vielleicht beide geil? Oh ja! Wir zwei beide geil, wunderbar! Eins, A! Kann es sein, dass ich geil bin? Aber ja! Kann es sein, dass du geil bist? Na klar! Sind wir zwei vielleicht beide geil? Oh ja! Wir zwei beide geil, wunderbar! Eins, A! Kann es denn sein, dass unser Verein nur ein, zwei Mitglieder hat? Das ist doch gemein! Lassen wir beide leider keinen mehr rein, oder was? Unser Vereinsheim ist ja nicht gerade klein, da gehen einige rein, da haben einige Platz! Ein Verein mit nur zwei, das gibt es doch gar nicht, das ist doch wohl Quatsch! Also seid ihr dabei, wenn es gleich heißt, ei, da geht aber was! Ich könnte mir vorstellen, wir machen da was! Mit Mitten, mit Höhen und ein bisschen mit Bass! Wir laden euch alle mit ein, ihr kriegt alle einen Pass! Kommt alle mit rein, wir gehen gemeinsam steil! Es ist einfach geil, wenn alle gemeinsam schreien! Kann es sein, dass ihr geil seid? Oh ja! Kann es sein, dass ihr geil seid? Na klar! Sind wir alle vielleicht alle geil? Oh ja! Wir alle, alle geil, wunderbar! Eins, A! Kann es sein, dass ihr geil seid? Oh ja! Kann es sein, dass ihr geil seid? Na klar! Sind wir alle vielleicht alle geil? Oh ja! Wir alle, alle geil, wunderbar! Eins, A! Kann es sein, dass ihr geil seid? Oh ja! Kann es sein, dass ihr geil seid? Na klar! Sind wir alle vielleicht alle geil? Oh ja! Wir alle, alle geil, wunderbar! Eins, A! Wir alle, alle geil sind, dass ihr geil seid?